Warum genau jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um mit der Foto- oder Videografie durchzustarten, das fragst du dich vielleicht auch, denn vielleicht überlegst du schon länger, ob du mehr aus deiner Leidenschaft machen solltest oder vielleicht ist dir auch schon sehr früh aufgefallen, dass du deine Leidenschaft wirklich zum Beruf machen möchtest, in Form einer Ausbildung oder eines Studiums. Vielleicht hast du dich schon sehr früh damit angefangen zu beschäftigen. Und wenn du dich mal so in deinem privaten Umfeld umschaust, Gibt es da wirklich Menschen, die von sich behaupten können, der Job, dem ich tagtäglich nachgehe, wo ich mindestens fünf Tage die Woche, meistens acht Stunden am Tag sitze, ist das wirklich meine Leidenschaft? Ist es genau das, was mir Freude bereitet? Gehe ich morgens mit einem Lächeln zur Arbeit und liebe das, was ich tue? Oder ist dieser Beruf eigentlich eher Mittel zum Zweck, damit ich mein Geld verdiene, meine Rechnung bezahlen kann und so weiter? Denn die Foto- und Videografie ist für die meisten eine riesengroße Leidenschaft. Also viele, mit denen ich spreche, die erzählen mir, dass sie schon seit der Kindheit irgendwie die ersten Berührungspunkte hatten mit Fotos oder Videos. Ich meine, jeder kennt das. Jeder hat vielleicht schon mal Fotos von seinen Großeltern gesehen, wo sie jung waren oder von deren Hochzeit. Das Ganze in schwarz-weiß und noch mit einer sehr alten Kamera aufgenommen. Und vielleicht hat man selber auch schon früh in der Kindheit angefangen, mit der Kamera in der Hand durch die Gegend zu laufen und gewisse Momente einzufangen und dadurch Erinnerungen zu kreieren. Und so gut wie jeder, den ich kenne, der kreativ ist und in der Foto- und Filmbranche arbeitet, der sagt, also dieses Fotografieren an sich oder Filme drehen, das lässt mein Herz höher schlagen. Das ist genau das, was ich liebe und ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als anderen genau diese Freude zu schenken oder anderen zu helfen, sich und ihr Unternehmen und ihre Produkte vielleicht bestmöglich darzustellen, einen geilen Imagefilm zu machen, der alle Kernbotschaften transportiert, die das Unternehmen gerne nach draußen tragen möchte. Und wenn ich meinen Teil durch meine Kreativität dazu beitragen kann, dann gibt es fast nichts Schöneres. Und genau dieses Gefühl, was du hast, wenn du fotografierst oder Filme drehst, das haben die wenigsten da draußen bei ihren Jobs. Ich war erst kürzlich in Amerika und es ist ganz spannend zu beobachten, wie sich dort das ganze Geschehen entwickelt und auch die Wirtschaft. Denn dort gibt es mittlerweile Fahrzeuge, die ohne menschliches Zutun fahren. Also die funktionieren im Prinzip wie so ein Taxi, in das man sich reinsetzt. Man bestellt sich das Ganze über eine App. Das Fahrzeug kommt angefahren, es sieht aus wie ein ganz normales Auto, nur dass es umgeben ist von sehr vielen Kameras. Also außenrum sieht man, dass das Fahrzeug an den Scheinwerfern und an den Seiten überall ausgestattet ist mit Kameras. Und auch oben auf dem Dach ist so ein Ding, was sich die ganze Zeit dreht und was abmisst, wo sich das Fahrzeug gerade befindet. Und dann steigt man ein, also man bucht sich dieses Fahrzeug über eine App. Das Fahrzeug fährt vor, bleibt stehen. Man steigt ein, setzt sich rein und ohne dass ein Mensch hinterm Steuer sitzt, bewegt sich dieses Fahrzeug von A nach B. Und das ist mittlerweile Gang und Gebe in Amerika. Also ich meine, wir hier in Europa haben sowas meistens noch nicht gesehen, zumindest noch nicht im Real Life und können uns sowas vielleicht auch gar nicht vorstellen. Aber dort wird das schon im alltäglichen Leben genutzt. Und immer mehr Dinge werden oder auch Arbeitsplätze werden langfristig durch die künstliche Intelligenz, irgendwelche Roboter oder Softwares, die erfunden werden, ersetzt. Also selbst wenn du jetzt einen Job hast, zum Beispiel irgendwo an einem Fließband zu arbeiten und gewisse Schrauben irgendwo reinzudrehen und das Ganze immer wieder gleich zu machen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis genau diese Jobs ersetzt werden. Und das wird sich natürlich auch auf sehr, sehr viele Branchen beziehen. Also jetzt nicht nur die Tätigkeit an irgendeinem Fließband in der Fabrik, sondern natürlich auch auf andere Gebiete, dass selbst wenn der Taxifahrer jetzt schon wegrationalisiert werden konnte, dann wird es ja wohl auch möglich sein, anderen Berufsfeldern gewisse Mitarbeiter zu entziehen durch eine Software zum Beispiel, die entwickelt wurde. Und der Job der Kreativen, das heißt also die Foto- und Videografie, die kann nicht so einfach von der künstlichen Intelligenz ersetzt werden. Klar, gibt es viele Fotografen und Filmemacher, die heutzutage die künstliche Intelligenz für sich nutzen, vielleicht in der Bildbearbeitung schon damit arbeiten, gewisse Effekte einbauen oder oder. Aber dieses Talent, einen gewissen Moment einzufrieren aus einem gewissen Blickwinkel, das echte Geschehen, was in diesem Moment gerade passiert, einzufangen, das kann keine künstliche Intelligenz ersetzen. Das heißt also, der Beruf des Fotografen und auch Filmemachers wird immer wichtiger. Also es passiert immer mehr online, immer mehr Unternehmen stellen sich online auf. Nahezu jeder hat heutzutage verstanden, dass er auf Social Media oder auf seiner Webseite eine gute Präsenz braucht, um von Kunden erreicht werden zu können. Und deswegen ist der Job als Fotograf und Filmemacher extrem wichtig. Und er wird auch, wenn man sich das jetzt mal perspektivisch betrachtet, von Tag zu Tag und von Jahr zu Jahr immer wichtiger werden. Das heißt, wenn du schon länger überlegst, mehr aus deiner Leidenschaft zu machen, dann sage ich dir, es ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Also setz dich hin, schau dir an, was genau möchtest du machen, in welchem Bereich schlägt dein Herz höher, wo möchtest du genau Menschen unterstützen? Möchtest du vielleicht mit Familien arbeiten, Hochzeiten begleiten, Babybaushootings anbieten oder kreative Porträts in oder Outdoor? Oder möchtest du dich eher mit Unternehmen beschäftigen und ihren Visionen, ihren Produkten und ihren Dienstleistungen und dafür ein tolles Angebot entwickeln? Wenn du mehr dazu erfahren möchtest, wie du dich da vielleicht richtig aufstellst und was auch so die ersten Schritte in Richtung Selbstständigkeit sind, dann schau dir gerne mal in unserem Shop das Buch von Edmund an. Das nennt sich Erfolgreich als Fotograf oder Filmemacher. Denn dort beschreibt er ganz genau, was die ersten Schritte sind, wie du sichtbar wirst in gewissen Kundenkreisen und was die wichtigsten Punkte sind, die du beachten musst, um dich da wirklich richtig aufzustellen. Und falls du schon länger am Markt bist und dich vielleicht fragst, hey, sind meine Preise eigentlich angemessen oder bin ich da marktkonform mit dem, was ich anbiete oder sollte ich vielleicht die Preise senken oder erhöhen oder du möchtest da einfach mal so ein bisschen besseren Überblick bekommen, dann kann ich dir das zweite Buch von Edmund empfehlen und zwar Preisgestaltung für Fotografen und Filmemacher. Wo wie der Name es schon verrät, ist primär um das Thema Honorarkalkulation geht und wie du wirklich in lukrative Kundenkreise reinkommst, dafür sorgst, dass du nicht zwingend extrem viel mehr Aufträge machen musst, dafür aber qualitativ hochwertigere Aufträge lieferst, die dann natürlich auch fair bezahlt werden. Und wenn dich generell das Thema interessiert, wie die KI diesen Foto- und Filmmarkt beeinflusst, dann verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung nochmal ein weiteres Video zu dem Thema, was du dem Anschluss gerne anschauen kannst. Und wenn du direkt durchstarten möchtest und gar nicht länger zögern möchtest, sondern wirklich jetzt den Entschluss gefasst hast, mehr aus deiner Leidenschaft zu machen, dann trag dich sehr gerne bei uns über die Website ein, www.edmund-rätsel.de Dort können wir dann gerne mal einen Termin zusammen vereinbaren, schauen, wie du aktuell aufgestellt bist und was für dich die nächsten Schritte sind, um mit deiner Leidenschaft endlich durchzustarten. Wir freuen uns, von dir zu hören. Zur Stil-Ikone, yeah, Edmund Rätsel-D, der Weg zum Wohnen und viel mehr in die Zukunft, bereit für ein Kennlerngespräch. Oh yeah, Erfolg ist mein Name, ich schuhe wie ein Profi, Bilder zum Leben erwecken, Filme, Macher, Motivation, weh, klick auf Edmund Rätsel-D.